Willkommen bei der Richard Grotemeier GmbH in Lehmförde. Seit fast 70 Jahren sind wir für unsere Kunden da. Aus dem ehemaligen Eisenwarenladen wurde ein modernes Fachhandelsgeschäft mit verschiedenen Abteilungen. In unserer Bauelementeabteilung finden Sie Spitzenprodukte der führenden Hersteller im Bereich Türen und Tore. Wir beraten Sie zu allen Fragen der Haussicherheit in unserer Sicherheitsabteilung. Ein umfangreiches Elektrowerkzeugprogramm für den Handwerker und Heimwerker finden Sie in unserer Eisenwarenabteilung. Wir sind autorisierter Fachhändler für das komplette Produktsortiment von Stihl. Informieren Sie sich über die modernsten Produkte der neuen Technik in unserer Rasenmäher- und Mähroboter-Ausstellung. Grotemeier, kommen Sie vorbei. Ein Besuch bei uns lohnt sich immer. Bis zum nächsten Mal.